Die Weltmeisterschaftspunkte Die beiden zu Gast bei uns im Studio. Wir hoffen auch Niki Lauda per Telefon hereinzubekommen. Noch haben wir das Telefonat nicht. Jetzt aber zu Monza, zum gestrigen Grand Prix. Noch läutet es bei mir nicht am Telefon. Daher die beiden Herren zunächst einmal dran. Für Sie beide war es ja, wenn man sich das Training ein bisschen die Tage davor sich anschaut, ja eigentlich ein Grand Prix, bei dem man ja nicht rechnen konnte, dass es Weltmeisterschaftspunkte geben könnte. Vor allem bei Ihnen, Herr Garten. Ja, der Anfang war bei mir furchtbar grausam. Ich habe im Freitag Training einen Ausrutscher gehabt, das ist Gaspedal hängen geblieben. Bin rausgeflogen, relativ unsanft in die Leitschiene. Das Auto war auf der rechten Seite ziemlich demoliert. Und meine Moral war dadurch auch sehr demoliert. Ich habe eigentlich, ich habe gesagt, solange ich nicht genau den Fehler weiß, was da jetzt schuld war, steige ich in das Auto nie mehr ein. Schauen wir uns vielleicht an, wie demoliert das Auto war. Das ist eigentlich genau das passiert, wovon man sich am meisten fürchtet. Ja, wenn das Gaspedal steckt, bleibt bei so 600 im Training sogar bis 800 PS starken Auto, dann ist das einfach furchtbar. Und dann denkt man sich, was ist, wenn das passiert, vor dem Bremspunkt, wenn man auf der Graden daherkommt mit 300 kmh. Und da muss man eigentlich sich dann, da sieht man jetzt das Wrack oder sagen wir halt das beschädigte Auto. Bei welchem Tempo ist das passiert? Ja, das war die schnelle Schikane, Schikane Ascari, ein dritter Gang, vielleicht 180. Da kann man gar nichts machen. Ja, da ist man hilflos. Wir haben auch leider Gottes keinen Ausschalter am Lenkrad, aber wenn wir da lenken, muss man heute sogar bei so einem Ausschalter wenig Schaus. Und da haben wir auch ein weitwohntes Auto, das ist das von Manfred Winkelhock gewesen, vom Teamkollegen von Gerhard Berger. Und das hat Sie ja auch beeinträchtigt und jetzt habt ihr beide nur ein Auto zum Training gehabt. Naja, das war eigentlich ein bisschen ein Problem für mich, obwohl das erste Freitag-Training für mich ziemlich optimal war. Vor allem, weil es nass war, unsere Reifen waren gar nicht nass und ich bin sogar eine Zeit lang Training schnellster gewesen, bevor Menzel kling und das war natürlich für mich sehr gut, weil ich dadurch anderen Teamchefs aufgefallen bin und für uns Jungen ist es das Wichtigste, momentan einmal aufzufallen irgendwie. Natürlich habe ich gewusst, dass ich nach Hälftetraining aussteigen muss und dem Winkelhock mein Auto geben muss. Und dadurch, dass die Sonne rausgekommen ist, war das natürlich ein großer Nachteil für mich. Na gut, kommen wir zum Rennen. Zum Rennen aus der Sicht von Jo Gartner und Gerhard Berger. Die beiden sind ja auch im Rennen immer ziemlich beisammen gelegen. Beim Start wart ihr eigentlich hintereinander. Zunächst war der Berger vorne. Nein, ich habe zuerst einmal den Start verschlafen, habe mich mit der Jo überholt. Dann habe ich, glaube ich, vorletzt und habe einige Plätze gut gemacht, bin dann zum Jo gekommen, habe den auch überholen können. Und wir haben uns dann ein bisschen abgewechselt. Einmal war er fährt, einmal in gefahren. Und dann habe ich auch ein bisschen wegfahren können und dann ist mir eben der Gang gebrochen. Und bin dann abrupt zurückgefallen und habe dann keine Chance mehr gehabt, das Tempo mitzuhalten. Jetzt möchte ich ganz kurz unterbrechen. Wir schauen uns das Rennen aus eurer Sicht ganz kurz noch einmal an. Aber ich bekomme das Zeichen und sehe bei mir das Telefon. Ich hoffe, der Niki Lauda ist dran. Hallo. Gehen wir vielleicht das Rennen aus Ihrer Sicht noch einmal durch. Es war ja wieder einmal ein Rennen und ein Training voller Probleme, voller Schwierigkeiten, gesundheitlicher Art und vor allem auch, was das Material anbelangt hat. Ich habe es jetzt ein bisschen schwierig. Unsere Zuschauer sehen jetzt einige Einspringen. Ich versuche jetzt das ein bisschen innen zu übersetzen. Niki, Sie können uns natürlich unser Fernsehbild nicht empfangen. Wir sind jetzt am Tag des Rennens, etwa zwei, drei Stunden vor dem Rennen. Die Fahrer kommen von der Fahrerbesprechung zu Ihren Autos. Und da gab es in Ihrer Box auch gewisse Hektik. Sie hatten im Training Probleme mit dem Kühler und ließen den Motor wechseln. Es ging ja nicht ohne Diskussion vor sich. Ja, Sie mussten, Sie hatten beide Motorschäden. Sie brauchten sich in der Früh und es konnte aus Zeitpunkt nur ein Motor gewetzelt werden, weil es in dreieinhalb Stunden ist leider nicht mehr drinnen. Und da war dann die Entscheidung ganz kurz viel, ob Trost oder ich das Training Auto nehmen sollten. Und es wurde mir zugespielt, wobei der Rechter protestiert hat, die Rechter hat gesagt, dass das Training Auto war last von Trost das Wochenende. Ich bin nämlich keinen Meter gefahren. Ich möchte nicht mit einem Auto, mit dem ich nicht gefahren bin, in Trennung gehen. Der Ron Dennis, wir hören jetzt gleich ein Interview mit ihm, war, naja, ganz erfreut von der Entscheidung. Er sagt, naja, wir haben ja viel Zeit, zwei Stunden und die Mechaniker müssen nicht nur schnell, sie müssen auch sorgfältig arbeiten und das war ein Problem. Aber es hat, wie es sich ja dann gezeigt hat, gehalten. Also dieser Umbau, Ihre Entscheidung fest darauf zu beharren, hat sich also ausgezahlt. Ja, das war natürlich ein riesen Glück, weil es war in allen beiden Autos, also wie im Trainingsauto, wie in meinem, ein neuer Motor drinnen. Und ich weiß noch nicht den Grund seines Ausfalls, auf jeden Fall die Ausgangsposition war absolut die gleiche. Da hatte ich Gott sei Dank das Glück, dass ich hier nicht in den Trainingsautos war, sondern in meinem eigenen, wo eben kein Problem war. Sie wirkten sehr angespannt gestern, kann ich mir vorstellen, wir sehen jetzt Sie kurz, bevor Sie dann ins Auto einsteigen. Ja, das war auf jeden Fall mein Jubel, also ohne wie die Dunkel hätte ich sicher nicht den Grand Prix fahren können, weil er von Samstag auf Sonntag wirklich wundergewirkt hat und das so weit in Ordnung gebracht hat, dass man also mit passablen Konditionen das Rennen fahren kann. Kommen wir jetzt zum Rennen selbst, zum Start des Rennens. Es fällt mir auf, dass Sie in letzter Zeit nicht immer optimal starten oder sagen wir, dass Sie gestern vielleicht vorsichtig gestartet sind, stimmt das? Ich bin extrem vorsichtig gestartet aus dem Grund, weil inwiebeln nach dem Start eine ganz ähnliche Karnik kommt, wo es normalerweise immer zu Kollisionen kommt. Ich habe versucht, mich da aus jedem Rennen herauszuhalten. Ich bin aber mit einem Wagen, den ich jetzt hinten erweist, mit dem linken Vorderraden aufzuschieben. Ich möchte ein Läufer gewesen sein. Natürlich. Und da sind dann deswegen das Rennen auch relativ langsam angegangen, noch zuzuhören, dass ich eben Angst, dass mir da wieder herauskommt. Vicky, darf ich Sie kurz unterbrechen? Wir sehen jetzt hier im Bild gleich den Ausfall von einer Prost nach drei Runden, also gleich am Beginn der vierten Runde. Was haben denn Sie in dem Moment gefühlt, wo Sie natürlich registriert haben? Das ist meine Chance. Ja, das war so eine ganz komische Situation, weil das in dem Prost ganz am Anfang passiert ist. Ganz am Anfang ein Motorschaden in einem Rennen zeigt, dass er immer von einer relativ großen Schwäche hat. Und man kann annehmen, dass es ein etwas großes Verbutt. Und jetzt sehen wir, wie der Alain Prost zurückgeht zur Box. Das ist eine Art Spießroutenlauf. Er ist in Italien nicht sehr beliebt. Das hat mit gescheiterten Ferrari-Transfer-Geschichten letztes Jahr zu tun. Und er wurde also beworfen, bespuckt, beschimpft, Publikum, Vitalina Sint hat einmal so. Das ist aber nicht sehr fair, weil ein Fahrrad, der natürlich in der dritten Runde ausfällt und in der Weltwissenschaft natürlich weniger Chancen hat, hat natürlich in dem Moment andere Sorgen, wie die steinere Puscher abgeführt. Warum haben Sie den Fabi vorbeigelassen, der ja nach dem Dreher zunächst hinter Ihnen war? Ja, das war ganz klar, weil meine einzige Sorge gestern war, eben das Rennen zu Ende zu fahren. Weil wenn ich jetzt dritter oder vierter oder zweiter wäre, kann das natürlich eine Vorentscheidung für den Grand Prix werden. Deswegen habe ich das Fabi passieren lassen. Das hat mir zur Taktik gemacht, mit so wenig Belastung des Autos wie möglich, an dritter Stelle liegen zu bleiben und zu schauen, wie sich das Rennen weiterentwickeln kann. Wir sehen eben jetzt, wie Sie zum ersten Mal den Fabi zu sequieren beginnen. Bei der Start-Zielgeraden haben Sie rechts, dann links angedeutet. War das bewusst, um ihn zu irritieren oder haben Sie es hier wirklich schon ernsthaft versucht? Ich wollte den extra Druck machen, um eben zu sehen, wie weit er sich wehrt. Ich habe dann gesehen, dass ich also relativ leicht bei Fabi vorbeikommen kann, nachdem ich Druck gemacht habe und das ist dann geklärt. Das sehen wir auch gerade, fast synchron, obwohl Sie sich in Ibiza ja nicht sehen können. Da waren Sie also Zweiter und der Willi Dunkel hat sich sehr gefreut. Die letzten zehn Runden werden die schwierigsten sein. Lauter ist gerade auf Platz zwei vorgefahren. Ja, ich hoffe, dass es das Kreuz durchhält. Im Endeffekt werden die Muskeln natürlich müde. Aber wir haben ja wieder gebaut. Ich glaube, ich hoffe, dass es wieder aushält. Gefährlichste ist normal das letzte Drittel. Also in dem ist er schon drin, aber nachdem er jetzt schneller wird, hoffe ich, dass es ihm gut geht. So, Sie waren also zu diesem Zeitpunkt Zweiter und dann sind Sie schnellste Runde gefahren und haben den Town Bay schon vor sich gehabt und den auch relativ problemlos, wie es den Anschein hatte, überholt. Ich hatte einen Fehler gemacht in der Schikane und war es am Randstein gekommen und von der Linie abgekommen, was natürlich sehr viel Zeit gekostet hat und ich konnte sie dann aus der Schikane heraus ausbefleunigen und die Führung übernehmen. Wir sehen jetzt das Überholmanöver noch einmal in Zeitlupe und da waren Sie dann vorne. Und Jubel bei der McLaren-Box, das haben wir hier jetzt im Bild. So, das war also Niki Lauda, kommen wir jetzt noch einmal zu den beiden Nachwuchsfahrern, auf Sie zurück, zu Ihrem Rennen. Wir haben auch hier Einspielungen, wie gesagt, nach dem Start und eigentlich im Rennen selbst habt ihr euch immer ein bisschen duelliert, nicht? Mir ist eigentlich das ganze Rennen nicht langweilig geworden am Anfang der Zweikampf mit dem Gerhardt, den ich dann überholt habe durch diesen Zweikampf, ist mir der Gintzani leider Gottes davongefahren. Der hat dann ungefähr 30 Sekunden Vorsprung gehabt schon. Bei mir haben dann auch, ja, da bin ich eine Zeit lang recht gut herumgefahren, da habe ich dann auch meine besten Rundenzeiten gemacht, bis meine Reifen angefangen haben nachzulassen, den Grip zu verlieren. Dann sind die Rundenzeiten natürlich langsamer geworden. Ich habe dann ein paar haarige Situationen gehabt. Ich habe großes Übersteuern bekommen, habe dann ein paar Mal... Darf ich kurz unterbrechen? Ja, das ist jetzt der Teamgefährte, der Gintzani, der mich auch... Ja, der rollt so eine Runde vor mir, ohne Benzin auch. Und da ist spontane Reaktion gestern? Ja, da war ich dann natürlich überglücklich, wie ich erfahren habe, dass ich Fünfter bin, nach diesen Aufschlägen des Wochenendes. Hören Sie mich selbst nicht, bitte. Sie sind noch über die Ziele nicht gerollt, als Fünfter. Ja, bis die Hälfte von der letzten Runde ist mir der Benzin ausgegangen. Und dann bin ich gerollt, ich habe mir gedacht, ich muss schieben, ich habe schon einen Gurt aufgewacht gehabt. Dann habe ich nochmal angestartet und es ist sich noch rausgegangen, ich bin die letzten Meter schon gerollt. Ich bin nicht gelaudert gewonnen. Super, super, ein Tag, Österreich. Riesig. Damit ist der Niki ja mehr oder weniger weg. Der Prost ist ausgefallen. Habe ich gesehen, sein Aufschluss. Super, riesig, freu mich. Stattuliere. Danke. Schau, das war es gestern. Ja, es waren bange Sekunden, wie man der Benzin... Von der Box, die haben natürlich gewusst, dass der Gintzani ausgerollt ist. Eine Runde vor Schluss haben wir noch der Slow gezeigt. Ich habe aber schon vorher ein bisschen bei Höchstdrehzahl bin ein bisschen vom Gaspedal weggegangen, um eben Benzin zu sparen. Und in der letzten Runde habe ich mir gedacht, jetzt kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Diese eine Runde wird doch dieses verdammte Auto noch fahren. Und einen Kilometer vor dem Ziel, auf der langen Geraden zwischen Ascari und Parabolica, stirbt der Motor ohne Vorwarnung ab. Und ich habe mir gedacht, das darf nicht wahr sein. Und bin dann noch gerollt und habe mir gedacht, jetzt schaue ich aber mit Schwung, wie weit ich mit dem Schwung noch komme. Aber in der Parabolica habe ich gewusst, es geht sich so nie aus. Ich habe dann die elektrische Benzinpumpe dazu geschalten, die erst seit Monza in dem Auto eingebaut war, weil wir immer Startschwierigkeiten gehabt haben. Und die habe ich dazu geschalten und habe mit dem zweiten Gang das Auto nochmal angestartet und es ist wirklich nochmal angesprungen. Also mit dem letzten Ruck hat die zwei WM-Punkte noch ergattert. Wir sind ein bisschen knapp schon in der Zeit, wir haben ja noch eine Zeit zum Planer beim Tor des Monats, die beiden Herren werden auch mitrichten. Einen Punkt im zweiten Rennen für Gerhard Berger in einem Team, der seit 37 Grand Prix keinen Punkt mehr gemacht hat. Das muss doch was Schönes sein. Das ist optimal. Zweimal gefahren, zweimal angekommen, einmal ein Punkt. Der Teamchef von ATS, der war gar nicht mehr dabei. Der ist nach zehn Runden gegangen. Ich habe ihm gezeigt, dass ich wieder mal keinen Gang mehr habe. Und dann habe ich nur gehört von den anderen und hat er gesagt, ich schaue mir das Theater nicht mehr länger an und ist gegangen. Und vielleicht bringt das mehr Glück, wenn er geht, dass er einer da ist. Ganz kurz die Frage an euch beide, wie schaut jetzt die nahe Formel 1 Zukunft aus? Werden Sie weiterfahren jetzt oder Formel 3? Ich fahre das Wochenende im Formel 3 Lauf in Nogaro. Danach wäre es schön, aber ich glaube schon, dass ich die letzten zwei Formel 1 Rennen fahren werde. Und Jo, Sie haben an sich einen Vertrag gehabt über sechs Rennen. Jetzt werden Sie noch eins dazu bekommen. Ja, für mich ist der Nürburgring an und für sich sicher. Wie es dann weitergeht, Estoril, da müssen wir noch diskutieren. Aber es laufen jetzt schon die Verhandlungen für nächstes Jahr und da hilft mir natürlich dieser fünfte Platz sehr weiter. Das ist das, was wir noch hinken. Jetzt kommt die Verhandlungen für die Verhandlungen. Vielen Dank.